Beide Tresore hier nebeneinander. Das ist eigentlich... Entschuldigung, das ist aber eigentlich ganz geil. Da hat schon jemand geschossen, was ist los? Da hat doch jemand aus Versehen geschossen, statt die Platte reinzumachen oder so. Oder statt zu pingen, keine Ahnung. Oder einfach vor Freude. Okay. Ich muss mal ganz kurz meine Kopfhörer richtig aufsetzen, hier das Gefühl. Ich höre nicht richtig. Die müssen schon richtig auf den Ohren sitzen. Mhm. Teleforangien. Ja, wollen wir. Will jemand anderes auch noch rangehen? Abwurf läuft auf den Schienen. Wo kämpfen die denn? Störturm. Da wo Telefon ist. Okay. So, hier links. Ich höre jemanden links. Hm. Hier klingelt wieder ein Telefon. Hier klingelt wieder ein Telefon. Ich wette, jemand ist im Safe-Haus. Was? Hm. Warte, hier links war was? Ich ping. Ja, okay. Wie ich ihn gehört habe. Wie ich ihn einfach gehört habe da oben. Ah, ich sehe ihn sogar jetzt. Let's go. Ich ping jetzt direkt nochmal. Im Safe-Haus ist auch jemand. Kommt. Sehr geil. Dann, let's go. Okay, wow. Ich habe wieder einen Ping bekommen. Sehr gut. Ja, aber der Typ, der im Safe-Haus ist, ist nicht rausgekommen. Ich habe noch mehr von den Dingern. Okay, nochmal. Zweiter Versuch. Da sitzt er. Direkt noch einen. Der hockt da irgendwie. Ich habe wieder den Park-One. Die Team! Mist, die Team! Wäre ich mal ganz kurz noch... Hätte ich abgewartet. Scheiße. Aha. Ja, ich hätte schon Bock eigentlich hier so hin, aber... Ist das schlau? Direkt zum Safehouse. Wenn ich hier starte... Hier im Dorf ist gekommen. Ferienlager, Ferienhaus am See. Was hatte er denn vor? Da ist jemand direkt zum Exit gerannt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich ping mal lieber zurück. Ich hab ihn schon gehört. Scheiße. Ja, ich hab ihn mit ihm geflogen. Ich hab ihn mit ihm geflogen. Ganz ruhig bleiben. Schön. Schön. Lassen wir ihn langsam pushen. Lassen wir ihn kommen, meine ich. Lassen wir ihn kommen, meine ich, meine ich, meine ich, meine ich. Lassen wir ihn kommen, 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 meine ich. Direkt vor dem Bahnhof. Ist er weg. Oh, instant. I'm safe. Okay. Okay. Wir müssen echt vorsichtig sein. Okay. 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 Let's go. Okay. Okay. Let's go. Okay. 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 Und wir müssen vielleicht auch irgendwie Container ist ja hier direkt vor der Scheune. Da kommt noch der Abwurf, alles liegt beieinander. Der ist ja gar nicht offen, hä? Wieso nicht? Das ist ja gar nicht offen. das sieht doch ganz gut aus jetzt noch den airdrop habe ich genug zum aufschließen 22 draht ich glaube 20 oder 10 wie viel brauche ich dann weiß ich nicht mehr habe ich vergessen habe ich elektronik eine nur habe ich glaube elektronik war das nicht oder ich glaube 20 draht ist der exit wert beziehungsweise kostet der ist hier noch irgendjemand hello das tarnfeld drauf da mache ich aber jetzt mal ganz schnell den schuh hier ab nach hause die pump gun sieht aber auch irgendwie seltsam aus da wie die da unten links raus guckt ja ich bin schwer bepackt ready for exit 10 draht perfekt tschüss perfekt heute wird ganz schlecht aber wir haben noch den airdrop ich habe noch zwei herausforderungen abgeschlossen sehr gut da gibt es auch noch eine waffen kiste dazu hier erstmal der airdrop ja nice hier ist noch die waffen kiste jo was geht ab auf jeden fall wieder mal netter ausflug auf victorsen bahnhof eine map die ich auch sehr feier ich hoffe euch hat es auch gefallen und spaß gemacht unterwegs zu sein mit mir entweder und dann würde ich mich freuen wir uns beim nächsten video wiedersehen bis dahin euch alles gute tschau tschau